Haben Sie angebrannte, total verklebte Speisen in Ihrer Pfanne endgültig satt? Müssen Sie Ihre Pfannen zu Hause wie rohe Eier behandeln, damit die Beschichtung ja nicht beschädigt wird? Haben Sie die Nase voll vom Kratzen, Schrubben und am Ende sieht die Pfanne so aus? Vergessen Sie's! Alles, was Sie brauchen, ist die Livington Copperline Pfanne. Die brandneue Sensation in der Kochwelt. Livington Copperline besteht aus hochwertiger Keramik und extrem leitfähigen Kupfer. Die geniale Pfanne besticht auch durch den sogenannten Copperline Doppel-Effekt, Antihaft und Anti-Scratch. Durch den Anti-Haft-Effekt bleibt absolut nichts kleben oder haften und das Reinigen ist ein Kinderspiel. Durch den Anti-Scratch-Effekt gibt es keine Kratzer in der Pfanne, keine abgesplitterte Beschichtung, keine giftigen Beschichtungsteile in Ihrem Essen. Sehen Sie mal, herkömmliche Pfannen können leicht zerkratzen und Splitter der Beschichtung landen direkt in Ihren Speisen. Aber die geniale Keramik-Kupferoberfläche von Livington Copperline hält selbst den extremsten Belastungen stand. Sie können ganz beruhigt mit Metallbesteck in der Pfanne arbeiten. Dafür ist sie gemacht. Aber Livington Copperline ist auch das beste und zuverlässigste Backgeschirr. Über 230 Grad Ofenfest und alles flutscht richtig gehend raus. Das Geheimnis sind die Livington Copperline Wärmeleitpunkte am Boden der Pfanne. Sie garantieren absolut gleichmäßige Hitze auf der gesamten Oberfläche. Dadurch brennt nichts an und alle Ihre Speisen gelingen jedes einzelne Mal perfekt. Ab jetzt braten Sie Hähnchensticks gesund mit wenig oder gar keinem Öl oder Fett. Koteletts und Steaks, sogar Käse überbacken, Aufläufe aller Art, Pizza, Nudelgerichte, Sparge und gebackene Köstlichkeiten. Immer am Punkt und absolut ohne zu haften. Sie können sogar Eier mit dem Elektromixer in Ihrer Pfanne sprudeln. Die Pfanne bleibt heil und es spart Unmengen an Zeit. Die perfekte Verschmelzung aus Kupfer und Keramik katapultiert Livington Copperline in eine neue Pfannendimension. Denn die extrem stabile Antihaftoberfläche hält ewig. Jetzt können Sie sortieren, kochen, braten, backen und in Sekunden servieren. Im Gegensatz zu anderen handelsüblichen beschichteten Pfannen enthält Livington Copperline keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe. Livington Copperline ist absolut PFOA und PTFE frei. Und jetzt ziehen Sie sich das mal an. Verbrannte Schokolade. Für Copperline ein Kinderspiel. Verbrannter Käse. Für Copperline ein Klacks. Nicht mal geschmolzenes Plastik. Kann Livington Copperline etwas anhaben? Unglaublich! Flambierte Desserts, gebratener Fisch, Hühnchengerichte aller Art oder gebackenes. Alles rutscht perfekt gegart, ganz locker aus der Pfanne. Sensationell! Herkömmliche Keramikpfannen haben gerade mal 20 cm Umfang. Aber Livington Copperline kommt mit vollem 24 cm Umfang und auch mit 28 cm Umfang zu Ihnen nach Hause. Da findet jede köstliche Speise Platz. Und nichts bleibt je kleben oder haften. Das Reinigen ist ein Kinderspiel. Und Livington Copperline ist selbstverständlich spülmaschinenfest. Kein Kleben, kein Haften und keine Kratzer. Das macht die perfekte Verschmelzung aus Kupfer und Keramik. Bestellen Sie jetzt!